Bernd ist Freizeitpädagoge. Bernd holt die Kinder dort ab, wo sie stehen. Bernd sieht sie. Bernd spielt mit ihnen. Bernd lacht mit ihnen. Bernd macht Sport mit ihnen. Bernd klettert mit ihnen auf Bäume. Bernd schwebt mit ihnen. Ist Stefan wütend, tröstet er ihn. Die Kinder freuen sich mit Bernd. Bernd lobt die Kinder. Bernd sagt auch, wann Stopp ist. Bernd liebt die Kinder. Die Kinder lieben Bernd.